Erstmal herzlichen Glückwunsch Scholle, herzlichen Glückwunsch FC St. Pauli. Natürlich aufgrund auch der Endgültigkeit ausgeschieden aus dem DFB-Pokal als Titelverteidiger. Sehr, sehr bitter für uns. Wenn man die ersten 10, 15 Minuten betrachtet, mit der Art und Weise, wie wir so ein Pokalspiel angegangen sind, den Pokalfight oder auch nicht-Fight in den ersten 10, 15 Minuten von uns, ist es dann eigentlich auch folgerichtig, dass man hinten raus die Dinge nicht immer reparieren kann. 1-0 zurückgelegen, relativ schnell. Die Dinge, die wir vorher besprochen haben, St. Pauli mit Ball, heute Raute gegen den Ball 4-4-2 flach, aber mit Ball dann immer mit ihrem engen Dreieck vorne viel Wucht, viel Power, viel Tiefe, nicht aufgenommen. 1-0 zurückgelegen und Eigentor 2-0. Und dann wird es natürlich auch unter diesen schwierigen Bedingungen hier Platz. Guter Gegner, grundsätzlich schon schwer. Wir sind nochmal zurückgekommen. Aber nochmal, es ist dann für mich nur folgerichtig, dass, wenn man unsere ersten 10 Minuten sieht, wir es nicht mehr geschafft haben, das heute dann endgültig noch zu drehen. St. Pauli hat zu Ende gekämpft, gefightet. Wir hatten sicherlich auch noch Möglichkeiten, aber in der Summe sind wir schwer enttäuscht. Vor allen Dingen, weil wir in den letzten zwei Spielen einfach viel Energie mit hierher gebracht haben. Und von der Energie war heute leider in den ersten 10, 15 Minuten dann gar nichts zu sehen. Und das ist sehr, sehr enttäuschend. St. Pauli wünsche ich alles Gute für die Liga. Und natürlich dann auch im weiteren Verlauf des Pokalwettbewerbs. St. Pauli wünsche ich alles Gute für die Liga.